hallo und willkommen wieder beim woheimer stream es frustriert wir haben letztens aufgehört also unsere zehn tage bewegungsunfähigkeit bekommen haben weil unbedingt ketchup retten wollen ich glaube die idee war nicht klug aber da müssen wir jetzt durch das heißt wir verlieren das hier auf alle fälle weil da ist jetzt groß und böse ist halt stark und ja da muss man mit wagen wir sind zehn tage über wir haben sind zehn tage wenig unfähig das bringt das schaffen wir nicht wir werden das ja auch nicht schaffen elf tage und das hier dann sowieso nicht das ist auch zwölf tage da kommen wir nicht ran wir werden wegen ketchup jetzt die runde einfach mal ja wenn was verlieren weil geht nicht anders dafür können wir freudig rumforschen freudig rumforschen ist auch schön wir machen einfach weiter solange wir noch saaten haben alle ritten also dass das sind jetzt die ganzen gefechtsoptionen zwei können wir nutzen die school und jetzt haben wir hier visieren ritter an um alle zu heilen werden alle ritter geheilt das cool alle sichtbaren gegner verursacht bewegungsunfähig für einen zug die können sich einen zug lang nicht bewegen und er hat plus 50 prozent krit für ein zug sind schon schöne sachen beine was ist das hier also dann kriegen wir den extraktorservo schädel bekommen plus eine saat mehr wenn wir missionen abschließen also mit dem extraktorservo schädel weiß ich brauchen wir nicht mehr im nahkampf nur dann können wir so abholen das ist glaube ich gut was heißt das hier ein wp auf wort woge das heißt ja mit dann mehr wp wenn die wort woge auslöst nee es ergibt keinen sinn also wir haben aktuell nur zwei gefechtsoptionen deswegen bringt das erst mal noch nichts glaube ich und wir nehmen mal irgendwie sowas hier dass wir noch eine gefechtsoption nehmen ich finde bewegungsunfähigkeit über die heilung lassen wir nehmen die heilung heilung ist immer was schön ist so das heißt wir haben gefechtsoptionen haben wir die beiden ist noch nicht viel kommen noch ein paar das hier frustriert mich immer noch so okay dafür ist er jetzt stärker geworden er kriegt plus eine rüstung und plus zwei lp das sind diese augmentierungen wenn die aus krankenhaus kommen anscheinend da ist er geöffnet ja okay unser versäumt ist die auswahl der blüte zu verhindern hat die öffnung eines chaos torsen zum vordring von nörgels morbus geführt ja die sektor eine zunehmende warp instabilität festgestellt wenn wir nicht bald einen weg finden sie zu stoppen wird ein massiver warpriss in den realraum einbrechen und die blüte wird sich weit und breit über die gesamte galaxis ausbreiten ja das war uns leider klar und da ist er jetzt den haben wir verloren und da kommen wir nicht rechtzeitig hin und jetzt können wir das schiff mal reparieren wäre glaube ich eine idee wenn wir jetzt sagen wo ist reparatur da war reparatur ne braucht aber acht können wir nicht können wir nicht dann halt nicht was kriegen wir hier hin wir bekommen mehr servitoren dauert aber lange gab es nicht irgendwas das man schneller bauen konnte oder ist das eine fort das ist der antrieb wollen wir mal schneller werden laut wir wollen mal schneller dauert auch so lange exterminator kann man planeten zerstören könnte man dann den planeten zerstören der jetzt kaputt ist weiß ich halt nicht ich glaube die baugeschwindigkeit war ein ja das bräuchten wir das wäre noch schön aber da haben wir leider nicht die servitoren für ach komm wenn wir leute kriegen sollen die besser sein ich weiß nicht ob das immer schlau ist was ich hier mache so was ist eigentlich mit einer prokastination können wir nicht verbrauchen wir genau das hier die drohung durch die blüte dort und in allen angrenzsystem zu verringern hältst du durch die verbesserung des ok ja also gehen wir erstmal wieder in die mitte dann haben wir wieder eine augmentation die gar nichts bringt es ist halt die frage kommt jetzt nochmal will ich da rein ich habe dir einfach das gefühl dass nein vor allem weil wir ich wurde ja halt am montag ja vorgewarnt ich bin zu schnell und sollte da noch nicht rein deswegen bin ich halt gerade sehr unschlüssig plus 40 prozent zuzüge das heißt die wortwogen kommen alle drei züge das ist super wir können ganz viel saat kriegen und wir haben unbekannte schergen ich weiß ja nicht ich würde sagen was sagt unsere kaserne wollen wir warten bis unsere leute alle fit sind und es dann doch versuchen das wäre ein versuch wert ne könnte man machen außer es kommt dann noch eine mission aber die brauchen noch 40 tagen ne der letzte eingreifen erforderlich was jetzt passiert ähm na gut da schon wieder rein unser schiff ist glaube ich immer noch kaputt wir sitzen dann ewig fest glaube ich oder also nehmen wir jetzt mal an unser rumpf geht ganz kaputt sind wir dann zerstört wahrscheinlich ne so und da wir das jetzt haben müssten wir jetzt noch den nächsten gefechtsoption slot haben damit wir das besser nutzen können weil wir jetzt ja drei gefechtsfeld optionen haben das ergibt sinn so neues projekt starten im schiff wird nicht funktionieren weil wir haben nur einen lächerlichen servitor es tut uns ja leid wir können nichts machen wir brauchen mehr servitoren äh 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 nach da dann dahin hoffen dass nichts kaputt geht und dann da rüber vielleicht schaffen wir das ja ja wir ziehen jetzt durch wir versuchen jetzt so viele mission wir versuchen jetzt hier so ein dreier gespann mitzumachen als ausgleich für das letzte mal wo wir keine mission machen konnten hauptsache wir haben gleich wieder ganz viele verletzte sooo ok wir sind jetzt hier mission abschließt bevor du 25 schaden erleidest ich glaube das sollten wir nicht annehmen weil wir immer unglaublich viel schaden erleiden mhm ja wir nehmen das nicht mit also mission starten wir lassen das hier lieber sein achso nicht auswählen einfach so bestätigen ohne auswählen so gefechtsoption wir haben die und wir können als zweites eilung teleport ich glaube der teleport ist cool so wir haben unsere zwei optionen wir haben den schwer verletzten eher nicht ich äh möchte dich gerne einmal austauschen wir nehmen dich mit was haben wir jetzt justika und dinks also nehmen wir noch einen arzt mit haben wir noch einen nö wir brauchen einen neuen apothekarius wir haben nur einen verdammt und kommen wir ohne apothekarius da durch also indem wir sozusagen einfach voll einen auf schmerz machen guck mal der ist kurz vorm aufstieg den nehmen wir mal mit dann haben wir jetzt zwei justikare mit ne also zweimal schmerzen und und ihn hier weil der auch vorm auf der ist auch vorm aufstieg aber der ist ein zweier machen wir einfach oh brachiale gewalt ohne heilung warte dann müssen dann ändern wir gleich das oben um statt den zwei ap nehmen wir die volle heilung dann als gefechtsfeld option mit und so du bist scheffe jetzt mal so zu sagen was kannst du cool ist einfach nur schaden machen ne ich sehe den skill baum nehme ich jetzt gerade warte wenn ich jetzt zurückgehe fähigkeiten du bist geskillt einfach nur auf kreuz und quer mehr leben mehr leben und rüstung ok mehr leben und rüstung dann bekommst du nicht die rüstung die äh hier mit der willenskraft ich glaube die kriegt dann jemand anders weil ein anderer wahrscheinlich stärker ist hat plus zwei maximale willenskraft wird für aktive fähigkeiten verwendet jetzt ist klar wofür willenskraft da ist äh weiter äh lass mal die nehmen so bernkampf waffe hast du einen der bolder ist ok nahkampf hast du einen hammer den hammer kriegt glaube ich nachher der andere plus fünf krit oder plus eins kritischen schaden eher plus fünf krit so eine granate dabei also genau so wie es sein soll so der nächste du bekommst jetzt als terminator rüstung die rüstung er kann ziel fähigkeiten einsetzen ohne dass die war vorgesteigt hm du hast keine coolen psy fähigkeiten aber du kannst nachher ordentlich psy schaden machen wenn du den großen hammer mit hast du bist der schwächere von beiden ne warte mal nimm doch die ich muss das tauschen ist nicht schön aber ich muss das tauschen so du hast auch eine der anderen waffen mit und bekommst als nahkampf waffe zwar auch den hammer aber den großen hammer bekommt doch jetzt doch jemand anders der erste bekommt das weil der hat mehr leben und der ist glaube ich prädestiniert dafür den nahkampf er hier nämlich 19 da bekommst du die terminator rüstung mit den äh die fähigkeiten und du bekommst als nahkampf war für den ganz fiesen hammer ja ich glaube das ist gut so so wollen wir mal mit dem flammen wer verarbeiten ja ne ich würde gerne mal ausprobieren da fallen vier schuss auf dem da sind es drei schuss was für eine waffe ist denn das dass die vier schuss hat was ist ein cooler gegen dämonen macht er mehr schaden alle mutationen wegnehmen ist natürlich cool ich wollte unbedingt mal den flammenwerfer ausprobieren warum also nicht in diesem in dieser runde so das ganze hier noch eine der 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 ist immun gegen seuche öööööööööööööä ist besser als die eine zu der sicher rüstung oder hab ich jetzt einfach mal behauptet Du hast ein Buch mit. Warum hast du ein Buch mit? Oder? Was bringt das Buch? Du nimmst eine Granate mit. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das Buch dem anderen gebe. So eine Art mehr Schaden. Komm, das ist unser Nahkampfprofi. Der macht das. Und jetzt noch er hier. Hat eine vernünftige Waffe. Hat eine vernünftige Nahkampfwaffe. Dann wird er auch eine vernünftige Rüstung haben. Genau. Und als Ausrüst hat er eine Granate. Okay, zurück. Zum Teleporta-Raum. Gefechtsoptionen. Stadt. Was tauschen wir aus? Heilung. Da wir, wie gesagt, kein Apothekarius mit haben, müssen wir die Heilung mitnehmen. Siehre einen Ritter an, um alle zu heilen. Also es werden alle geheilt. So lese ich das hier jetzt raus. Also sind wir optimistisch, dass das auch so funktioniert, ne? Ja. Warum habe ich einen Verletzten jetzt mit? Das ist doch nicht wahr. Ich habe dich mit. Dich mit? Ah, hier. Ah, und dich mit. Da oben sind Nummern dran. Also ich muss dich eigentlich mitnehmen. Das wäre, glaube ich, cooler. Und wieder von vorne. Ausrüstung. Berndkampfwaffe. So. Ah, welche hat der andere jetzt getragen? Du kannst auch die nehmen. Na, Kampfwaffe. Plus 10 Crit. Plus 5 Crit und mehr Crit Schaden. Und dann noch eine Rüstung. Das war die, ne? Von dem Interceptor. Da wir den einen mithaben, passt das. So, jetzt haben wir nur heile Leute mit. Können die einmal heilen und können die einmal überall hin teleportieren. Und da wir nur einmal diese komische Pflanze kaputt machen müssen, dieses hässliche Ding, kriegen wir das hin.